So, wir sind hier wieder in der Pech-Schwarzen Nacht, so wie wir das immer kennen. Kinga, das Donation-System, wir haben dich auch vermissen. Einfaches System gesprengt, oh süß. So, okay, was waren wir denn jetzt eigentlich? Hab ich nicht schon eine Lampe? Ich weiß überhaupt nichts mehr, ne? So, hier, Taschenlampe, wie im Horrorspiel. So, was ist mit dem Müll? Alles gut? Oh Gott, das hab ich mir ja schon halt weggeschmissen. Das Ding läuft ja eigentlich von alleine schon, ne? Oh, das wird tach. Sollen wir hier hin zum Verkloppen? Ich hätte jetzt richtig Bock. Moinsen! Mark, sei gegrüßt! Ich hätte jetzt richtig Bock. Komm mal her, hier. Guck mal, was ist mit dem hier? Na? Durch Zechste Nacht, oder was? Zack, joh! Zack, zack! Zack, ich spiel auf deiner Glatze! Zack! Ja, geht leider nicht. Mann, Alter, bist du durch mich durchgefahren? Pass mal auf! Runter von meinem Parkplatz! Durch King kannst du aber halt aufhören zu arbeiten. So stelle ich mir King vor. Ich muss spenden, ich muss spenden. Bits, Superchats, alles. Ein Abo schenke ich hier, ein Abo schenke ich da. Ja, ich selber hab kein Abo, aber ich verschenke Abos. Da habt ihr Dings kurz gesehen, ne? King Duda? War das richtig? Ja, schön, dass sie geparkt haben bei MGX. Ich, ich, hey! Ich wollt den abkassieren! Pff! Du kleiner, rotzfrecher Sack! Na gut. Okay, 5820. Ähm, genau, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Bruder vom anderen Luder. Bruder vom anderen Luder, ist ja okay. Geiler Name. Sehr schön. Vielen Dank! Vielen lieben Dank. Ähm, was ist das denn hier? Ich finde, er sollte direkt seinen Lohngehalt dir überweisen. Finde ich eigentlich auch. Na gut, aber geht der hier nicht nach uns? Aber Marcel, muss ich hier, äh, das Dings hier eigentlich noch holen? Äh, na, du wirst schon. Zack! Du wirst, ähm, Na, sag schon. Der DLC, oder kommt es erst noch? Mann, ich bin so gut. Gib her. Mann, Alter. Hahaha! Okay. Jetzt mal Spaß beiseite. Bruder von anderen Luder. Hö, hö. Hahaha. So. Ich kicke mal hier meinen Rechner. Ich kicke mal meinen, äh. Moin, sei gegrüßt! Herzlich willkommen im Sudrim. So, das haben wir alle, das haben wir alle. Hier fehlt noch, fehlt noch. Ja, wir brauchen noch mehr Reputation, noch. Leider Gottes. Das heißt, weiter. Die DLC ist rausgekommen, ja. Ja, das DLC musst du dir auch holen. Ich glaube, das kostet 3,90. Okay. Das ist jetzt schlimm, wenn wir jetzt erstmal ohne das spielen. Kingduda, vielen lieben Dank für 10 Bits. Jetzt hör doch mein Liefer damit. Danke. Was? Ja, der Name ist gut. Der ist okay, gut. So, ist hier alles sauber oder was? Ob hier alles sauber ist? Für das DLC benötigst du nur eine kleine Spende. Kingduda. 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 Das ist ja scheiße, ey. Aber jetzt müssen wir mehr aufpassen wegen Dings, ne? Hier diese, diese... Ja, die Graffiti-Penner und der alte Sack da, die hier immer die Reifen klauen wollen. Hä? Hä? Mehr Spaß, wie du aufgehst und jedem verklommen. Wer hupt denn da so beschissen? Sag mal, ich hasse hier ab. Mann, Junge, rauf auf dein Scheißdach! Mann, er ist einfach durch mich durchgefahren. Zombies kommen, ne? Eindeutig. Aber wenn ich die hier so torkeln sehe... Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Infizierte. Hallo? Ja, leider muss ich jetzt warten, ne? Ich muss jetzt auf die Reputation warten. Hier muss doch irgendwo noch Dreck sein. Das kann ja nicht sein. Minus 10. Was soll der Scheiß? Wo ist hier der Müll? Ich kann ihn riechen, den Müll. Oder seid ihr das? Äh, Sherry! Sherry, Sherry! Nimm mal rein ins Gesicht. Wo ist denn der Müll wirklich? Achso, jetzt ist er weg. Gut. Meine Reinigungskräfte haben es erledigt für mich. Habe ich da irgendeinen Zaunknall, ne? Ich muss aufpassen, weil da hinten kann ich nicht sehen. Die sind da hinten um die Ecke bestimmt. Ich muss einmal kurz rüberrennen. Jetzt aber schon wieder. Jetzt liegt hier schon wieder irgendwo Müll, ne? Aber ich fahre gut Geld jetzt gerade. Ja, bei Internet-Café, da wehren sie sich wirklich, ne? Bei den Internet-Supermarkt-Café. Kilian! Sei gegrüßt! Was ist das denn für ein Gehalts-Game? Nein, Park! Ey, ich wusste das! Durchgeknüppelt hier! King! King, du da schon wieder? Hab ich das richtig gesehen? Mann, King, hör doch mal auf zu spenden jetzt hier! Werd ganz verlegen! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Ey, der Mülleimer ist wieder voll, ne? Ich weiß ja nicht, was ich nur sagen soll. Hä? Mann, gib mir den Sack! Mann, ja klar, ey! Du rufst da wieder Hulk-Rin! Auch kein Problem mit! Zack! Rinngewürfelt! Hier, ist das deine Tüte? Ja, guck doch nicht so unschuldig! Hier, nimm! Das war ein Versehen! Wisst ihr, was? Leck mich, da treffe ich wenigstens! So, irgendwas wollte ich jetzt machen! Zaun, ne? Was hab ich denn in meinem Inventar? Kein Zaun! Schön! Halt noch was im Lager? Die Überwachungskameras haben sie immer noch nicht geändert! Naja! Ne Bank? Ne Bank? Ey, ne Bank! Die kann ich doch eigentlich hier... Gib her! Zack! Ich transferiere sie da rein! Was hab ich hier? Nischt! Achso, ist ja alles eins! Ja, okay! Ich brauch Zaun! Leute! Ich brauch Zaun! Ich muss Zaun kaufen! So, wir holen verstärkten Zaun! Genau, wir holen gleich... Fünf! Wir holen fünf, ja! Was steht dir denn hier so um den Mülleimer rum? Verpisst euch! Was ist denn das hier? Ist das hier ein Ghetto-Treff oder was? Da rennt er wieder! Du Pflaume! Komm her! Ich will den nicht knallen! Ja, komm mal durch hier! Ja, siehste! Was hast du denn dabei? Hey! Get the hell out of here! Hast du mich nicht gehört? Get the hell out of here! Ja, hast du verlofen oder was? Komm her! Ja, ich hab ein bisschen... Ja! Warum können die denn nicht einfach wegschmeißen? Wenn King nicht spenden soll, machen es andere lächelndes Gesicht, Kussendruck, romantisches Gesicht! Thorsten! Vielen lieben Dank! Vielen lieben Dank! Mann! So, lad ab hier den Dreck! Zack! Einen Zaun nehmen wir mal! Ne? Ey! Mach bloß zu hier! Bis vor die... Hier rin kommen die Zombies! Lächelndes Gesicht! Lächelndes Gesicht! Äh... Zack! 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 Watz! Lerdig! Ordentlich zu stressen? Ach, ihr könnt mich ja nicht stressen! Wo kann ich denn die Scheiße denn machen? Warum ist das nicht alles rot? Hä? Was soll der Müll? Er passt nirgendwo! Lächelndes Gesicht! Lächelndes Gesicht! Äh, äh! Schade! Ich kann die Bank nicht platzieren! Vor allem soll das ein Witz sein? Wie wenig geht der... Mann, ey! Räumt die hier auch noch auf? Wie wenig geht der mit einer Reputation hoch? Vielen lieben Dank! Äh, vielen... Vielen lieben... Vielen lieben Dank, Thorsten, ja! Heb auf den Dreck! Junge, was dauert denn da so lange? Und lov nicht durch die Autos durch! Zack! Wir fahren! Problem aber nicht gelöst! Der ist wie eine Kakerlake! Der verteilt seine Sporen und dann hast du hunderte! Der ist im Brunnen gefallen! Lächelndes Gesicht! Lächelndes Gesicht! Hier ist noch Müll! Muss ich eigentlich alles alleine machen? Warte mal, ich hab doch hier eine Mülltüte, oder? Ja, war ja klar! Ja, okay, komm! Ich mach das alleine! Minus 50! Was soll denn das? Ist das hier ein Müllhaufen oder was? Ja, komm fast! Danach hat er jetzt Babysert abgerechnet! Pflanzt mehr Bäume? Ja, uno momento, per favore! Jetzt muss man nach dem Müll gucken. Hier muss ja überall Müll sein. Ich sehe hier nur nichts. Da ist noch eine Flasche. Da haben wir noch ein Ding. Da. Ja, lass gut sein. Ich mach das alleine. Kannst du dir sicher sein, dass du danach deinen Job los bist, ne? Ich meine, ich muss hier halt schäflich scheiß Müll aufräumen hier. Ich glaube, ich spinne. Lächelndes Gesicht. Ist hier noch Müll hier hinten? Hm. Ja, ich müsste eigentlich hier richtig viel Pflanzi-Banzi machen. Aber die kommen hier mit dem scheiß Müll nicht hinterher. Macht das Licht an, genau. Da ist da noch eine Flasche. Warum nimmt denn der die nicht auf? Mann, ey. Der Penner. Kick dir das an. Der knüppelt meinen Zaun ein. Hey, get the hell out of here. Ja, voll den auf Winterkopf gesenkt. Junge, was denkst du, deine Kapcadio hier macht? Krieg dich, du Pfeife. Du Elend. Schön. Dann hab ich halt ein Auge auf mein Business. Mir ist auch sowas von auf den Sack, ey. Gut, wir haben ja gut Kohle gefarmt jetzt hier. Jetzt werden wir uns mal ein bisschen um die Dekoration kümmern, ne? Was haben wir denn hier? Ah, da, komm, komm. Hier nehmen wir vier Töppe. Was haben wir denn noch? Nehmen wir da von auch nochmal vier. Dann brauchen wir natürlich auch Pflanzen. Wie sieht's denn damit aus? Eine Zähne. Aber nehmen wir auch nochmal Zähne. Zack. Und schon ist die Kohle weg. Warum ist Paulchen nicht da? Ist der im Urlaub? Keine Ahnung, ich kenn Paulchen nicht persönlich. Zack. Da hinten kommt unsere Lieferung. Komm, es will. Ach. Guck mal. Hellig stattdach. Das ist einfach, das ist einfach nur Fake. Das ist einfach nur Fake, meine Überwachungskamera. Wenn das die Kunden wüssten. Die würden wilde Sau spielen. So ist das mit den Fachkräften. Stehen rum wie die Ölgötzen, aber bringen keinen Schäkel in die Kasse. Schäkel in die Kasse. Oh, zu ihr, den Drecklumpen. So, zack. Alle drüber bübbeln. Nochmal alle drüber bübbeln. Wie, pflanzt dies? Alle mal rüber bübbeln? Krieg ich gar nicht. Geht nicht? Oh. Aber jetzt schwer ist hier der Dreck. Mal drei rüber bübbeln. Oh, erst mal drei rüber bübbeln. Ne? Klopp, 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 klopp. Pass mal auf, wenn du hier weiter auf dem Gelände so blöde rumrennst. Das macht dich sehr verdächtig, Junge. Du wolltest hier gerade eine Rind zimmern. Ich bin erschrocken. Ich dachte erst, wer hier einbricht. Ah, kacke, ja. Stimmt, ich wollte ja die hintere Seite auch mit diesem Stein-Dreck pflanzen. Egal, dann machen wir erst das da. No problem. Wie viel hat er denn da gemacht? In the middle of the street a house. Geht schon. Passt. Passt. Machen wir da hinten auch nochmal. Zack. Wunderbar. Das hätten wir. Was haben wir da? Ähm. Das kriege ich immer nicht hin. Das sieht immer aus wie Scheiße. Was haben wir da mal auf zu leuchten? Leuchtet denn direkt so? Mann, fuck. Ja, okay. Ja, okay. Echt? Die Reputation geht hoch? Ich finde, die sieht immer noch gleich aus. Hey, Rosa, sei gegrüßt. Herzlich willkommen. Hier in dem Stream. Mann! Junge! Ich brauche einen Elektroknüppel. Wo ist denn die Sau? Ich zimmer dir so dermaßen die Seele aus dem Arsch. Mann, Junge, ich ziehe dir einen neuen Seitenscheitel. Bleib stehen. Ich habe Bock. So viel Cardio habe ich nur noch ohne gemacht. Jetzt. Weißt du? Du, 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 du. Äh, mehr Pflanzies brauche ich. Ich kann erst mal... Die Bank mache ich erst mal zurück. So, dann machen wir. Um Gewicht her geht das jetzt? Joa, müsste klappen, ne? Du, 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 du. So. Wie? Das war nicht der Rucksack. Das war meine Hose. So, und dann machen wir das umgekehrt. Was? Aber darin fehlt noch ein Abo, damit er seine Stufe erreicht? Was für ne... Was für ne Stufe? Woher wirst du das und ich nicht? Äh, Luca! Sehr gegrüßt, sehr gegrüßt. So, okay. Warte mal. Was? Chang, 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 Chang over there. Ziele von Mr. Gmx. Was für Ziele? Ist das hier ein Spiel oder was? Ist mein Leben für dich ein Spiel oder wie? Nee, nee, nee. Warte mal, wir haben nur noch Blumentöppel, ne? Kann ich da nicht noch daneben was knallen? Ja, aber das sieht so ekelhaft aus. Machen wir auf der anderen Seite auch. Zack. Zack. Habt euch erschrocken. Guck mal, das mein ich. Das ist wie kacke hier, ey. Das wieder nicht gesehen hab. So. Was soll der Scheiß? Why? Wirklich, why? Am besten wäre, wenn das so einrasten würde, ne? So. Lass das jetzt so. Du, ich versteh da keinen Spaß. Guck mal, wie das in der Luft schwebt? Wie sieht denn das aus auch? Spielst du nachher so Long Drive? Manuel? Was ist mit dir? Spielst du da doch privat, Le Long Drive? So. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Nischt. Kackdreck. Na, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall mal diese Steinkacke. Sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite der Liebe. Break? Wie Break? Ey, leg mir doch im Zückerli. Hey, hey. Du krankes Stück Kacke. Hey, get the hell out of here. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Was ist denn kaputt hier, Young, jetzt? Da oben ist doch irgendwas kaputt. Wie viel hab ich jetzt gebraucht? Ich mach einfach acht. Und die Büsche hier, ne? Vielen Dank, Young, Luder, ja? Vielen, vielen lieben Dank. Ah, ich spiel nicht. Ich schaue nur. Alrighty then. So, hier haben wir noch Zaun. Ich glaub wohl, irgendwas wurde kaputt gescheuert. The question ist nur, was? Da hinten irgendwo was? Ist doch irgendwas kaputt, ne? Oder ist das Auto? Wurde hier ein Reifen geklaut während meiner... ...meiner Deko-Zeit? Müssen wir gucken, ne? Jonas, sehr gegrüßt! Warte, warte, warte. Da hinten. Mensch. Ja, was ist denn? Was ist denn? Für Schäden bezahlen. Was für Schäden? Ja, sag mal. Weil da ein Reifen vorne fehlt? Das ist doch nichts. Sie können doch mal drei fahren. Ja, okay. Der muss hier irgendwo reingekommen sein. Der muss hier irgendwo reingekommen sein. ...lölölölölölölölölöl. Mantelbart! Ey! Sehr gegrüßt! So, warte mal. Packen wir auch mal rüber. Aber es gibt zu viel, ne? Ein Reifen ist kein Reifen. Richtig! Darin der Händler ihres Vertrauens. Fabi fragt sich Gantelbad, das werde ich mir nie merken können Dafür ist sein Name einfach zu cool Gantelbad Ist er hier hinten durchgekommen? Ne, ist er hier hinten durchgekommen? Aber ist er überhaupt irgendwo durchgekommen? Der hat doch einen Reifen geklaut, oder nicht? Ich verstehe es nicht Zack Zack Nicht doch Zack Und wunderbar Ich hoffe, das geht Mäh Ist ja ja jetzt der Name So, Ena müsste noch hinpassen, ne? Ena muss noch Ena muss noch Zack, 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 zack Mann, Junge, ey Ich bin auch hier Habe ich hier keine Security? Wo? Wo wird ihr droschen? Alter, bist mir ein Knüppel hier ran, du Pfeife Am besten Ich habe schon Behalte meinen Knüppel draußen Ich schnauze voll, ihr Scheiße Ey, mach die Hecken rüber, oder? Get the hell out of here Hecken hier, mach Die haben alle so einen weiten Abstand? Achso, ich habe immer mittig gemacht, ne? Pass mal auf, hier läuft der Chef, Junge Ich glaube, ich spinne Wo kriege ich das da noch hin? Ja, Tatsache Oh Naja Hupen lassen wir bitte bleiben, ja? Hupen wird Hier wird nie gehupt Äh, da geht der gleich So, mittig, ne? Ja Das wird doch wieder nichts mit der Scheiße Jut Zack 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 Muss nicht schmecken, muss wirken Zack Oh, zack 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 Wie weit bin ich noch? Ah, einer Oh, ich häng ja an der Hecke Oh, zack Ja, ist okay Nicht schön, aber Äh, auch nie Äsli Belassen wir es dabei Äh, zack Post Mitarbeiter Alle da Hier, die Guards Könnten wir natürlich Aber die sind Schrott, ey Die machen irgendwie ja nix Oh King Duda King Duda Hat Haui 82 Ein Stufe 1 Abo geschenkt Ey, warte, abt noch mal King Duda Hör auf damit Hör auf hier allen was zu schenken Hier wird der Jani Ziele erreicht Ich weiß nicht Siehst du ja Dauern hat sich Ah, das dauert aber ewig Dauert ja ewig Hör mal auf hier Die Dreck Road So, siehst du 10.000 Erstmal Was habe ich jetzt hier hinten gemacht Die, die Straße, ne Ja, ja, die Road On the Road Jetzt noch sechs Voller auf Twitch Ey, der hat hier mehr Meine Ziele im Blick Als ich Was ist hier los So, genau Die Straße ist jetzt Asphaltiert Ein bisschen So wie das aussieht Jawohl Schön Sammeln wir noch kurz Geld Dann machen wir hier Auf der Seite Vielleicht auch Dächer rüber So wie da Diese Weltdächer Crazy Thorsten ist jetzt auch bei Twitch So, was kostet denn hier der Spaß Oder machen wir erstmal hier 20 von machen Du musst ja nur 2.000 Zilla's world Hat abonniert Zilla Zilla mein bester Crazy It is really crazy Vielen, vielen Dank Zilla, King Duda Vielen Dank euch Vielen, vielen Dank So, was ist mit dem Müll Schon wieder voll hier Zack Was war das für ein Geräusch? Hä? Der Penner hat daran Getäkelt Grafizki Aber wo? Hat der Gart ihn Aufgehalten? Oder ist er abgehauen, Wo er bei mir Per Zufall war? Hä? Zack Bitte verlasse Mein Lager Ciao Wumbele So, ich hab mir her Die ganzen Teile Oh, ist zu schwer Kacke 15 gehen Machen wir Obwohl, ich kann die Zäune und so Alles wieder weg machen Erstmal Aber viel Gewicht ist das jetzt Ah doch, geht aber Das geht Vorsicht Wollte den Chef ja nur helfen Damit der Schneller der Daumen hoch geht Alles gut Alles gut Alles gut Haben wir doch gleich gemacht, oder? Du hast hier da Dekoration Wir haben Dekoration gemacht Alright Alright Zack 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 Sehr schön Das Ding ist durch hier Die ist durch Was haben wir noch? Wie viel haben wir noch? Zwei Toll Wo wir Kohle ja schon wieder genug haben Jetzt würde noch Zeit derrens übernehmen Wie bitte? Zwei Vier Sechs Acht Neun Baut es hin Zwei Vier Sechs Acht Neun Ja Also Achtzehn Baut es hin He Untertitelung des ZDF, 2020